Dune Part 2 Und ich muss ehrlich sagen, es gibt Menschen wie mich, die diesen Film sehen. Damit meine ich. Ich bin jemand, der die Bücher nicht kennt. Ich habe den ersten Film einmal im Kino gesehen, nachher nochmal zu Hause. Stecke aber nicht so knietief in der Thematik drin. Und ich bin auch jemand, der nicht vollkommen gehypt von der ganzen Sache ist. Wenngleich ich all die Vorzüge, die der erste Teil und das ganze Thema hatte, die kann ich alle wunderbar akzeptieren und auch mitgehen. Ich empfinde sie halt nur nicht. Und ich werde jetzt, wenn man mich jetzt nach detaillierten Punkten fragt, aus dem Inhalt des Films nach, warum macht der das und das jenes, würde ich diese Sachen nicht exakt beantworten können. Das können andere viel, viel besser, die viel mehr in der Materie drin stecken. Aber solche Leute wie mich gibt es halt auch, die diesen Film sehen. Und deswegen kann ich euch hier jetzt nur die Sicht aus einer solchen Perspektive anbieten. Wir haben also Dune 2 und setzen absolut nahtlos an den Erstling an. Wir sind auf dem Planeten Arrakis. Paul Atreides hat sich den Fremen angeschlossen und ist natürlich jetzt unterwegs, um irgendwie den Mord an seinem Vater zu rächen. Des Weiteren gibt es noch eine ganze Reihe sonstiger Subplots mit politischen Hintergründen, mit einer Prophezeiung und all dem Ganzen. Der Film hat eine Lauflänge von 164 Minuten. Da kommt einiges zustande. Und ich möchte den Film jetzt halt nicht so versuchen, nachzuerzählen oder so, sondern vor allem jetzt zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video rausbringe. Ich habe den Film jetzt eine Woche vor Start in der PV sehen können. Zu diesem Zeitpunkt gibt es einfach ein paar Fragen, von denen ich glaube, dass Leute sie haben. Und die kann ich jetzt beantworten, ohne zu spoilern. Frage zum Beispiel, im ersten Film fühlte man sich wie, als hätte einer einen Stecker gezogen, weil der Film halt mittendrin aufhört. Geht man aus dem zweiten Film mit einem runderen Gefühl raus? Und ja, die Antwort ist ja. Also natürlich gibt es noch wahnsinnig viel Buchmaterial und man kann diese Story sicherlich noch in weitere Filme ausbauen. Aber wenn man jetzt die ersten beiden zusammennimmt, vor allem wenn man sich jetzt irgendwo in einem Double Feature schaut, man hat schon ein insgesamt homogenes gesamtes Filmerlebnis. Dann, wie machen sich die neuen Charaktere, die neuen Figuren? Da ist der Punkt, das war aber beim ersten auch schon so, es werden im Trailer viele Personen angedeutet, angekündigt. Sogar gab es jetzt zwei Tage vorher noch, jetzt vor Aufnahme dieses Videos, einen weiteren A-Promi. Von der Person wurde ein Auftritt angekündigt, der war auch im Film. Wenn ihr es wisst, wisst ihr, wen ich meine, aber ich werde es jetzt nicht extra sagen. Es ist nur so ähnlich wie im ersten, da hatte man auch von Javier Bardem oder Zendaya im Trailer zwei entsprechende Bilder. Im Film tauchten die aber gar nicht so viel auf. Und so ähnlich ist es hier mit manchen Figuren, Christopher Walken, Florence Pugh und die ein oder anderen, die sind zwar im Film, aber ihre Anteile sind nicht so gigantisch, wie der Film es präsentieren lässt, wie der Trailer es präsentieren möchte. Dann bleibt natürlich die Frage, der erste Teil ist ja auch ein Film, den man nicht nur sieht, sieht, den man erlebt. Wegen der audiovisuellen Komponente, vor allem wenn diese riesen Sandwürmer zum Einsatz kommen. Ist der zweite Teil genauso? Klare Antwort, ja. Auf die lange Laufzeit gibt es gar nicht so endlos viel krasse Action, aber wenn hier diese groß angelegten Actionpassagen kommen, diese Wüstengefechte, Kampfszenen und so weiter, da wird das audiovisuelle im Kino komplett ausgereizt. Und wenn ich sage, oder anders, wenn ich bei einem Film normalerweise sage, ja, muss man nicht im Kino sehen, kann man es nur noch zu Hause gucken. Nee, hier, das ist etwas, das man so, um die volle Wucht zu erfahren, wirklich im Kino anschauen und auch erleben sollte. Weil es reizt wirklich das Medium aus. Und ich habe es jetzt auf der größten Kinoleinwand von Köln gesehen, dabei noch nicht mal in einem IMAX-Kino. Aber die audiovisuelle Komponente ist so geil, wie man sich das erhofft. Man muss halt nur damit leben, dass diese Sequenzen auf die gesamte Lauflänge nicht den Hauptteil einnehmen. Und ja, ansonsten, ich kann dir keine Parallelen ziehen zwischen Buch und Film. Ich weiß, dass das Ende modifiziert wurde, wohl gegenüber der Buchvorlage in gewisser Form. Das hatte man mir nachher gesagt. Aber die sonstigen Bezüge kann ich nicht herstellen. Und ansonsten, das Ding ist scheiße kompliziert. Es gibt so viele Charaktere, so viele Figuren, so viele Handlungsstränge. Und es ist eine sehr verfaserte Story oder verfranzte Story mit so vielen Baustellen. Und das ist jetzt eigentlich, da könnt ihr mich für steinigen, was den reinen Unterhaltungswert angeht, kann ich diesen Film am Ende mit einem Wort beschreiben, das nicht so nett klingt, nämlich schleppend. Nicht komplett, aber stellenweise, weil wir sind zum Beispiel in der ersten halben Stunde komplett bei den Främen und erleben, was Paul dort alles mitmacht. Dann wechselt das Ganze in einen anderen Bereich, dann wieder zurück. Also wir verbringen lange Zeiten in gewissen Bereichen, ohne dass insgesamt sonderlich viel passiert. Und es führt alles zu etwas. Es gibt quasi einen Payoff, aber der Weg dahin ist halt stellenweise langsam und auch sehr schleppend. Aber, und das ist auch die letzte Frage, die im Raum steht, auf diesen Film warten einige Hardcore-Fans oder sonstige schon sehr, sehr lange und sind gespannt, werden sie hier das Filmerlebnis des ersten Teil noch mal erleben oder quasi getoppt bekommen. Meine direkte Antwort darauf ist, wenn ich die beiden Teile nebeneinander halte, mochte ich den ersten etwas mehr als den zweiten. Ich glaube aber doch, dass diejenigen, die da wirklich so mit schwitzenden Händen und Begeisterung auf diesen Film hinfiebern, hier das Filmerlebnis bekommen, auf das sie hoffen. Und es ist halt der Fall, dass ein sperriger, komplizierter Science-Fiction-Film vermutlich eine breite Masse an Zuschauer anziehen wird. Deswegen, das ist der Film, den das Kino im Moment braucht. Das ist der Film, den man im Kino sehen sollte. Und ich empfehle ihn letzten Endes, wenn gleich aus meinen Worten jetzt nicht die pure Begeisterung springt. Aber ich entziehe mich jetzt einer Wertung, weil dieser Film ist so individuell für jeden, der da reingeht. Ich kann auch jeden verstehen, der das Teil höllisch langweilig fände. Und wo ich auch darauf hinweisen möchte, der liebe Kenobi, den ich auch immer wieder hier gerne erwähne, fand auch extrem viele religiöse Bezüge darin. Deswegen glaube ich, da wird bei dem auch noch ein entsprechender Vermerk-Kommentar kommen, mit dem man den Film auch nochmal ein richtiges Licht setzen würde. Deswegen, keine Punkte, aber eine absolute Empfehlung. Wie seht ihr das? Habt ihr den ersten gesehen? Freut ihr euch auf diesen hier? Seid ihr dabei? Was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr mir immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne zur nächsten Kategorie. Macht's gut, bis dann. Ciao.